hallo und herzlich willkommen zurück zu ich werde gerade mit essen versorgt und so warte warte ich bin hier dann kann ich nämlich auch während des dankeschön mein schutz mit einem goldenen löffel danke viel zu klein ist für diese tasse dankeschön ich weiß ja auch mit dazwischen zutaten dass ich das nicht das was ich wollte das ist das was ich wollte dieses bausystem ist nicht meins meine ich baue sowieso ja schon nicht so gerne weil ich immer hässlich baue und das sind immer aussieht wie arsch auf einmal kann man da vielleicht holzgerüst und dann sagen okay nein kann ich nicht ich bin am aufnehmen geht das sind überhaupt nicht davor okay es ist das daran ja sitzt dann überhaupt nichts dran die dann drauf sitzt das wahrscheinlich gar nicht gibt es da nicht irgendwie so irgendwas was das problem vielleicht löst langes fundament oder sowas kaufee Und dann kommt da eben halt ne Doppeltür hin, oder was braucht man für Doppeltürrahmen überhaupt die Teilung? Warte mal, guck mal. Farbe, wir können das auch anpinseln, wenn wir wollen. Ja, soll ich machen? Ja, ne, ne, ich gab ein Thema. Wie sie ihre Farbe haben möchte. Dreieckiges Holzfundament. Okay. Dreieckige Holzdecke, Holzschild, Holzkäfig, Holzpfeiler, Holztreppe, schräges Holzdach, Holzlaufsteg. Kompostbehälter, Grabstein. Ein Doppeltürrahmen aus Holz. Da haben wir auch ein Doppeltürrahmen. Ah, ne, wir brauchen das auch Stein. Verdammt. Stimmt ja. Oh, ein Fallschirm. Brauchen wir ein Fallschirm? Schade. Zaunpfahl aus Stein. Kleines Steintor. Große Steinwand. Treppe aus Stein. Da. Versteckte Doppeltür. Baumplattform. Bäh. Große Holzbeete haben wir schon gelernt. Ja, Schild. Fenster. Oh, wir können sogar Fenster bauen. Richtige Fenster. Und ein Gewächshaus können wir uns auch bauen. Ein Gewächshaus. Ein Entehafen. Metalltreppe. Kann ich den hier behalten? Was? Den hier hab ich gefunden. Ja, behalte den. Hier der Zähler für den Gold. Lackierpistole. Oha. Etagenbetten aus Metall. Bauplattform aus Metall. Kühlschrank. Benötig zum Betrieb Elektrizität. Hält verderbliches länger frisch. Okay. War das eigentlich eine Steintreppe, was wir da haben? Ja. War das eine Steintreppe oder war das eine Holztreppe? Das war eine Steintreppe. Ich hab schon vorgesorgt. Ui. Ne, das hab ich mir vorhin alles rausgeholt. Warte. Ein bisschen Stroh kann ich dir machen. Da musst du mit der Spitzhacke draufhauen. Dann kriegst du mehr Stroh. Ja. Ja. Können wir die reparieren. Jetzt brauch ich ein bisschen Holz. Warte. Besser. Genau. Das ist auch so, wenn du mit der Axt auf ein totes Tier rauffahrst, kriegst du mehr Lieder raus. Ich will sie mal sein. Guck auf dein Handy. Hm? Äh, Augenblick mal kurz. Ja. ich würde nachsehen was hier feuer stein und steine alles klar sowieso die steine hier weg kloppen fliegende steine beruhig dich ich weiß fliegende steine sind nicht so deins aber wir mussten nicht gleich so durchdrehen machen uns mal ein paar bärchen auch gleich mal haben wir auch was zu essen vegetation ist alles hier wände sind da glaube ich auch schon mit drin naja ich bin ja auch noch nicht ganz fertig wir hatten ja keine steine mehr nix wir sind mitglieder wie sieht das bei dir aus wie fährst du noch ein inventar fleisch und du brauchst fleisch okay du brauchst gar keine blut nö das wäre schlecht aber narkose werden kannst du mir mal e-kurs geben dann mache ich unten schon mal narkosemittel ja schön und ich glaube ein lagerfeuer hier oben wäre echt manchmal schlecht haben wir so viel verdobenes fleisch das müssen wir ein bisschen ausnutzen irgendwie quatsch wieder heute morgen so viel was ist hat euch wieder irgendwas angegriffen dass ihr wieder so durchdreht ist gut ist gut ist gut beruhigt euch hallo beruhigt euch ne ich krieg die nicht beruhigt nein warum giga ist tot giga es tut mir leid es tut mir leid mann schatzi aber es musste ja sein sind da noch mehr tot pipita pipita geht es dir gut schätze nein okay pipita ich guck mal kurz ob drin alles in ordnung ist alles okay bei euch ist irgendjemand tot außer einer der jetzt wild umher läuft ja ist gut richtig wieder ein wir sind alle hier dieser geht es auch gut der ist oben die ist oben gerade am romantieren da ist schon wieder so drecksvogel was ist da denn unser schiff ja ich glaube ich habe das hier gefunden was das angegriffen hat okay doppel lag ich was also ja klar wir müssen ja irgendwo auch wohnen müssen wir unsere betten haben unsere kiste dann irgendwo muss ich auch noch die ganze werkstatt und sowas sind also ja unbedingt weil uns ist das ja echt klein also hier haben wir auch noch kisten siehst du holzwände haben wir hier was ist das holzfenster ok warte mal wir machen machen die dreimal voll bringen mit hoch dann nehmen wir uns die kisten auch noch mit hoch so dann müssen wir noch einmal lagerfeuer machen davor habe ich glaube ich holzfeuer oh holz habe ich nicht mehr ach doch holz habe ich noch unter feuerstein und steinbrunten glaube ich dafür ne es wird jetzt noch stuhl einmal herstellen so da können wir uns oben schon mal ein bisschen essen machen dann können wir den rest wieder wegpacken erstmal wir haben da oben noch nichts zum lagern was haben wir hier denn hier gekriegt was ist das denn ach elektronik vom giga unser armes giga-lein was ist das hier Kartoffelsaat ok äh Fleisch ja gut holz haben wir denn hier oben achso ich wollte noch Dingsbär machen warte wir packen uns erstmal die ganzen Beeren rein so alle herstellen verdammtes Fleisch das wird erstmal hergestellt so holz ja level up so ihr Lieben ja das war schon wieder mit der Folge wir bauen nun weiter in der nächsten Folge tschüss und tschau 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 tschau